Willkommen bei Schulfahrt.de. Klasseweisen. Erleben Sie Brüssel im Herzen von Europa. Lassen Sie sich begeistern von der reichen Geschichte Brückes sowie der Wasserburg von Gent. Und besuchen Sie die Diamantenstadt Antwerpen. In Brüssel werden Sie die Sehenswürdigkeiten der Altstadt kennenlernen. Wie unter anderem das spätgotische Rathaus auf dem Grote Markt. Und das bekannte Mannequin-Piece. Aber auch kuriose Gebäude wie das Atomium und der Miniaturpark Mini-Europe erwarten Sie in Brew Park. Erkunden Sie das Innere des Atomiums und lernen Sie mehr über die friedliche Nutzung der Atomenergie. Im Mini-Europe-Park können Sie einen Abstecher nach London, Paris und Amsterdam machen. Im Regierungsviertel werden Sie dem Europäischen Parlament einen Besuch abstatten. Und an verregneten Tagen bietet die Oseade-Wasser-Erlebniswelt Spaß und Abwechslung. Die altertümliche Stadt Brücke und ihre wunderschöne mit Grachten durchzogene Altstadt können Sie zu Fuß und während einer spannenden Bootsfahrt erkunden. Sportliche Klassen erwarten 366 steile Stufen bis zum höchsten Punkt des berühmten Belfrieds, wo Sie mit einem einmaligen Blick über die Stadt belohnt werden. Das prächtige Rathaus Brückes gilt als eines der ältesten und schönsten Rathäuser Flanderns. Gent ist vor allem für seine Wasserburg sowie die wunderschöne Uferpromenade bekannt. Unternehmen Sie eine Bootsfahrt, um mehr über diese geschichtsträchtige Stadt zu lernen. Antwerpen ist gleichzeitig für Diamanten und den Maler Rubens berühmt. Besuchen Sie das grandiose Rubenshaus, wo Sie mehr über das Leben des Malers erfahren werden. Erkunden Sie die maritime Geschichte dieser Hafenstadt im Seefahrtsmuseum. Und unternehmen Sie eine erlebnisreiche Hafen- und Scheldenrundfahrt. Aber auch der großartige Zoo, welcher 1843 gegründet wurde, ist unbedingt einem Besuch wert. Besonders spannend und empfehlenswert ist die Vogelschau, welche mehrmals am Tag stattfindet. Entdecken auch Sie die Schönheit und Vielfalt des Königreiches Belgien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017